Oder was? Du sollst die Tür aufmachen. So, jetzt aber richtig, oder? Ich brauche da mit. Wo kommen wir denn hier hin? Sollen wir überhaupt da runterspringen? Ey. Aufpassen hier. Erstmal wieder hoch hier. Wo sind wir gekommen? Okay. Ich weiß nicht, ob es da unten irgendwas gibt. Ich würde da irgendwo hin müssen. Ui. Ich wollte da drauf. Aber. Ich glaube, dass wir hier lang müssen. Kommen wir hier irgendwo rein rein. Wer Widerstand leistet. Muss mit extremer Gewalt anwendung... ... der Stufen 9 und 10 rechnen. Sollen wir denn jetzt hier hin? Da war wir grad dran. Da sind die Bomben. Sollten sie diese Position... ...prag nix. Haben sie mit Gewalt anwendung zu rechnen. Die mit äußerster Herr... ...doch das funktioniert. Gern nur ne Widdlerstatue. Was haben wir denn hier? Während sie in meine Gewaltmann sind... ... werden sie den... ... jetzt aber richtig, oder was? Eingestützte Straßen. Müsst du, ne? Müssen wir hier jetzt hier richtig sein, oder? Da sind wir verlassen... ...und da müssen wir hin. Das war richtig. Endlich. Ah, da ist er. Wo müssen wir denn jetzt hin? Aha. Ein zweiter, oder was? Macht er nicht. Sag ich mir nix zu. So. So. Nochmal. Einmal so. Und... Zack. Kommen wir jetzt hier weiter, oder? Ne. Aber hier können wir auch runter, oder? Dufte... Dufte... Machen wir das nochmal klar hier. So. Reden mit Fiona Wilson. Reden mit Fiona Wilson. Du bist das. Ich sagte, ich würde zurückkommen. Hat ganz schön gedauert. Zuerst herrschte völliges Chaos. Dann kamen Jokers Männer her und haben ein Lager errichtet. Ich hab mich versteckt, so wie du's gesagt hattest, aber... Was ist passiert? Da waren Wachen. Du weißt schon. Die Typen, die für Strange arbeiten. Sie kamen her und haben angefangen, jeden umzubringen. Es war ein Blutbad. Anscheinend versucht Strange, seine Spuren zu verwischen. Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor. Weiter so. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich um die Wachen im Raum. Dann wollen wir mal... Da sind schon wieder neue Wachen da. Soll ich jetzt einfach da hinspringen, oder? Ich muss mich doch hier... Da ist was. Das war der letzte. Der Reich gesichert. Zu mir. Ziel gesichert. Tiger 43 an Turm. Der Raum ist gesichert. Alle neuen Insassen wurden neutralisiert. Sehr gut. Protokoll 10 macht große Fortschritte. Was ist hier los? Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meine Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten 3 Stunden sterben. Ballern die einfach auf alles, oder was? Dann wird Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Und hoch. Wir sind die Zukunft. Und weiter. So. Die Zielperson ist über uns. Macht mal. Ziel gesichert. Und weg. Zielperson setzt drauf ein, um zu fliehen. Ziel in Bewegung. Was tickst du denn? Die Zielperson ist über uns. Ehrlich? Über euch? Dann schieß mal. Dann schieß mal. Dann schieß das echt kaputt. Der Wichser. Warum konnte ich mich nicht da hinten hängen lassen? Alter. Angst können wir uns nicht leisten. Konzentriert euch. Tötet ihn. Treffen wir noch von hinten an? Ein, drei, 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 drei. Die Zielperson ist über uns. Über euch? Wie? Wut. Wut? Ja, ja, ja. Guck mal genau da hin. Boah. Scheißmin. die zielperson ist über uns er hat einen von euch trotteln ausgeschaltet mehrere von den trotteln ausgeschaltet die zielperson ist über uns die zielperson ist über uns meine stadion kaputt bereut noch erzählt mal durch läuft noch da unten knapp hat das gar nicht mitgekriegt oder hier rüber was alle weg tja findest du da hinten ist sie doch mal dieser ärztin muss ich nochmal mit hier quatschen ich will einfach nur hier raus dann geh doch hier raus so jetzt muss ich hier rein oder was da in dem fahrstuhl wanda city muss doch hier irgendwo ein eingang sein jetzt da ist er doch endlich woher wir denn mal hacken jetzt haben wir ja alle kurz was liebes fähig liebes ohr liebes ohr liebes ohr liebes ohr ja ja wir doch nochmal hacken was kommt jetzt medikamente medikamente medikation und zu und zu ich verstehe dich nicht so dein aufzug ist so laut und ja was du bin ich mein wenn wir sehen ob du das hältst was du versprichst nächster halt beobachtungsplattform sobald die tür aufgeht töten wir jeden im aufzug es könnte einer von uns sein nein die zentrale sagt es ist batman cool geladen und entsichert mach die tür auf wow 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 und was was cool much with retreat wehtült. Komm her. Ey, Batman-Wunsch schlägst du. Und. Das Schlimmste ist schon mal. Weg. Und. Ui. Und so. Cool. Ich bin nur noch hier. Sie wurde erfolgreich bekämpft. Total hier noch am Start und. Beschützende. Beschützende. So. Was kommt jetzt? Wo muss ich denn hin? Und der Tau aktuelle Position. Und der Tau Fundament. Beobachtungsplattform erreichen. Ist doch da oben, oder? So hat es jetzt gemacht, dass ich das Türchen hier aufmache? Gar nichts, oder? Ja.